. 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 , . . . Ja, ich bin sehr glücklich. Alles unter par heute wäre gut. Es war ein bisschen schwer mit den Swirling-Winds. Ich habe viel zufrieden, als ich gestorben war, als ich gestorben war. Ich war auf viele Klubs heute. Aber die Greens waren besser heute. Und so, um 65 mit 67 zu folgen, ich bin nicht so glücklich. Ja, ich denke so. Ich glaube, ich hätte gerne einen 10-Under. Ich denke, die Schöne werden noch gut sein. Die Greens sind leicht. Ich denke, die Schöne werden noch gut sein. Die Schöne werden gut sein. Ich denke, die Schöne werden rund um 12 oder 14. Aber ich bin nicht so glücklich mit 8-Under. Ich denke, meine Konsistenz ist gut. Ich bin gut gut. Ich bin gut gut. Ich habe ein paar gute Putze, die ich nicht in den letzten Wochen habe. Wenn man ein paar Putze macht, kann man die Momentum weitergehen.